Nein. Schade. Moon Turf. Geht das? Ne. Bei ein paar Mods geht das. Dass man dann einfach quasi... Was liegt denn hier dann? Tinkern ist da. Ah ok. Weißt du schon wie du Steine bekommst? Nein im Moment noch nicht. Um Waste zu sein. Das war ich jetzt gerade im Moment am überlegen. Wie ich die Steine bekommen soll. Also wie ich den Cobblestone bekommen soll besser gesagt. Damit ich einen... Dingens machen kann. Was ist das Ding? Dingens kriege ich ihn machen kann. Damit ich... Hallo, die Troppend Stone. Das ist das was ich jetzt durchlasse. Moondert. Moondert Dropped Stone. Denkmal. Ok. Nevermind. Wer sucht, der findet. Und manchmal bekommt man auch oft die richtige Lösung. Sehr cool. Dann brauche ich also nochmal einen... Moondert. Kann ich den von Hand abbauen? Ich sollte, oder? Ja. Aber danke wie mal... Lamy. Ich muss mir den Namen irgendwie merken können. Das klingt zwar ein bisschen wie Gimli. Von äh... Alter Ringe. Ein bisschen zumindest. Ja gut. Äh... Ich muss unbedingt Oxygen. Tanks mal kurz austauschen. Austauschen. Sonst wird das nicht... Wiebwiebwiebwieb. So noch... Ah, da ist noch eins drin. Ok. Äh... Bup. Bup. Gibt uns nochmal zwei Cobblestone. Oder so. Um den Dreh. Und dann äh... Machen wir... Was... Sticks. Und dann machen wir... Oh lol. Bei mir schlägt jemand gerade das Haus zusammen. Ein bisschen übertrieben, aber... Yay! Getting an upgrade! Alter, da kommt Timmy immer mal mit allem was du hast durch. Weg, 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 weg. So... Mal kurz … austauschen. Jo! блиn ich nehme mal mit. Ich packe mal rein! Den tauschen aus! So, läuft! Dann gehen wir mal bei Kobe! Da ist kein Weed mehr drin, das ist strange, je nachdem finde ich das nur bedingt gut, wie darf ich raten, man muss jetzt den Rock wieder durch das Sieb lassen und hoffen, dass da was cooles rauskommt Ich denke 16, ein bisschen nach oben, hier sind nur Hühlegraben, wir müssen ein bisschen was sehen Also immer anfangs Modpack ist es halt nicht so spannend, oder eben schon spannend, also Für mich ist es meistens anfangs Modpack im spannendsten, weil dann kenne ich die Sachen ja noch nicht, dann weiß ich nicht genau wie wir es machen Ich weiß halt nie wie spannend das wirklich für den Zuschauer auch ist Kann ich das jetzt, ne, schade, war auch zu einfach gewesen Darm abbauen Broken Copper Arr Broken Iron Arr Also nicht zerstörten, zerstörtes Eisenerz und zerstörtes Kupfererz Ja Ja Muss mal kurz überlegen was Copper auf Englisch, also was expletive Copper auf Deutsch heißt, aber stimmt schon Stimmt schon Junge, gib mir was Kohle Keine Kohle Kupferer 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 Einen Erz Keine Erz Auch keine Erz Kupferer Ja Das war Kupferer Kupferer drauf bleiben kann ich hätte morgen ein Muskelkater im Finger das war lustig Muskelkater im Finger geht das überhaupt es wäre mal spannend herauszufinden ob man überhaupt Muskelkater im Finger bekommen kann es war echt spannend ob das geht das ist echt cool ich kann euch bald den Block of Coal machen aber für die Quest hm wenn wieder was droppen würde besser gesagt hallo das ist irgendwie noch deprimierender als einfach normales Minen weil du zuerst Minen gehst und dann gehst du ja noch 7 und bekommst zweimal nichts gehst 9 bekommst du einfach nur Rock gehst 7 bekommst du zum Teil auch nichts doppel deprimierend hallo das noch kurz durch lassen haben wir 6 Kohle dreimal Clay zweimal Broken Iron viermal Broken Kupfer und ein bisschen Broken Aluminium auch noch lassen wir den Dirt auch noch durch was wir sonst gemacht haben ich finde es lustig wie langsam sich der Hunger leert irgendwie strange ich weiß nicht ob das was mit dem Tag Nacht Rhythmus zu tun hat weil der ist doch hier auch völlig verändert der ist völlig anders hier eigentlich ist jetzt noch Tag ich habe irgendwie das Gefühl wenn man jetzt quasi im normalen in Umführungsschlusszeichen Minecraft wäre wäre schon lange wieder mal nachgewiesen aber gut ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aber irgendwie habe ich das Gefühl komm wir machen jetzt einfach mit dem Stack Rock und dann gehen wir mal äh können wir uns abbauen und hoffen dass wir schön viel Kohle bekommen coole Kohle in der Holzkohle ist relativ easy da machen wir ein bisschen Holz rein da hat man was dann und wenn ihr euch fragt ob ich noch was sehe nein ich sehe nichts mehr ich muss kurz Euhhh Bride Ja cool zwar'n bisschen unschöner aber wie seht ihr noch was und ich sehe auch noch was ganz normalerweise hab' ich's auf Bride aber es ist halt neues Modpack da war's nicht auf Bride daih war's auf Unbride Wievohramm wir daпов uirknate 64, bisschen mehr als ein Stack. Komm, ein bisschen Kohle muss doch da drin sein. Bisschen Kohle. Hüpf. 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 Ah, schönes Wassertrinken, ja. Gutes Schweizer Wasser. Was war denn das? Ein Lopis? Oh, ein Lopis natürlich. Ah. Oh, unser superschöner Sonnenuntergang. Mein Mann, geil. Wenn ich auch ein bisschen spät, um 5 Uhr, äh, erst. Mal erst geht die ein bisschen früher unter. Hab ich das Gefühl. Kann mich auch täuschen. Vielleicht täusche ich mich, keine Ahnung. Vielleicht täusche ich mich echt. Hm. Und das wäre ein Clay, glaube ich. Also insgesamt brauchen wir auch 20 Kohle. Und einen wäre halt auch cool. Aber Kohle wäre sehr cool. Schau mich auch, wie die das berechnen oder wie die Chance steht, dass du etwas bekommst und wann nicht. Das würde mich echt wundern nehmen. Ob das wie beim Minen ist, dass es quasi generiert ist und nachher kommt es aber auch zufällig raus oder nicht? Wäre spannend zu wissen. Das Eis. Eis heißt auch Wasser, nehme ich an, oder? Ja. Und wie zerstöre ich den? Liebes Spiel. Gut, wir machen jetzt nochmal den Stack durch und dann gucken wir ins Quest-Book. Guck mal ins Quest-Book. Boop. Vielleicht frag ich mich halt auch, was wir mit denen machen. Ob wir die irgendwie Raw-Silicon-Aus. Ob wir das irgendwie bundlen können oder was? Oder als Müller oder was? Würde mich auch unternehmen. Eis. Kein Eis. Eis. Nein. Hup. Ich hab was vergessen. Ich vollidiot. Ich hab was vergessen. Vollnudel. Hab was vergessen. Sorry. Ich hab was vergessen. Einzuschalten. In den Stream. Also es ist nicht schlimm, aber... mich stören so Sachen, wenn ich was vergesse. Also nicht mehr als ihr, aber... Hab ich nicht noch? Ah, da haben wir. Ich dachte schon, wieso haben wir da keine mehr? Aber wir hatten ja mehr im ersten Stack und... Na ja. Komm schon, Junge. Arbeite. Jawoll. Der hat auch bald einen Krampf im Arm hier. Im ganzen Durchschiffeln. Jawoll. 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 Nein. Ja. Ah, das ist nur eins. Ups. Yay. Cool haben wir denn 16. Es reicht halt nicht für beide Quests, aber für eine reicht es sicher. Nämlich... Hier. So, Questbroke. It's getting hot in here. Block of Coal und einen Reward Bag. Nämlich cool. Haben wir hier einen Reward Bag.